Herzlich Willkommen zurück zu Deponia. Wir sollen in die obere Aufstiegsstation zu Clites. Hör auf zu Penrofus. Ähm, ja. Dann ziehen wir das mal durch. Müssen wir jetzt mal zu Goal und hier die Nachrichten bringen. Huch, wo ist der Papagei? Wo ist der Papagei hier hin? Ah ne, falsch, falsch. Nein, nein. Aus. Boah, die Nase juckt. Äh. Moment mal. Lagen. Aber wo ist Goal? Öh. Hey, was soll das? Gizmo. Sieh an, sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay. Okay. Lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Illusianerin gefunden. Ich allein. Okay. Wer hat die Illusianerin gefunden? Äh, Wenzel hat die Illusianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Illusianerin in Verwahrung. Das, äh, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo? Nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Ich muss hier raus. Ich habe eine Katze. Hm, was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt es denn? Oh, Herr Brandmeister. Meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Was? Mietz! Mietz, Mietz! Hehe, Frechheit siegt. Yay! Wenzel? Rufus? Was? Ähm, was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein! Du mieser Verräter! Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Ah! Toni! Oh! Du? Das fällt dir ein! Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an! Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst. Es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Ich... Nein! Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine... Sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Die hat ne Kippe unter der Dusche. Das gefällt mir zwar ein bisschen, aber die hat ne Kippe unter der Dusche. Äh. Meine Augen! Jetzt tu mal nicht so. Hier ist nichts, was du nicht schon gesehen hättest. Ja, aber einiges, was ich gerne verdrängen würde. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Das Elend schaue ich mir nicht länger an. Ich muss Goal retten. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja. Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow. In dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Goal! Schrank schränken. So eng. Ich weiß. Aber keine Panik. Ich hole dich hier raus. Aufmachen! Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzt hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Oh, laut, 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 laut. Was? Oh, ah. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt. Und mit ihrem Schoß auf nem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im, äh, weitesten Sinne wach. Und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am Subadäquat. Kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann. Es geht ums Prinzip. Husser, es geht ums Prinzip. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Schlimmer, immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goldar rüber zu bekommen. Auf geht's. Jo. Ach ja, ich mag ja den Zänger zwischendurch. Hört sich gut an. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Es wird schon was einfallen. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Aber wer bremsst, verliert. Hm. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Hier ist im Eimer. Hier ist im Eimer. Weg damit. Man soll keine Sachen auf die... Wenn man vor... Naja. Bis zum Horizont, Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Das auf jeden Fall. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Cool. Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier. Und wo sitzt sie? Check. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Ach, den kriegen wir bestimmt wieder zum Laufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kubak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Ach, du bist so ein... Weichei. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Na, freilich. Na, freilich. Wer ist das denn? Hm, ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom, di, tom, di, tom. Okay. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Hey, du. Nun komm schon da runter. Ups. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Und dann... Ein Bein reicht mir. Und dann sagt jemand, meine Witze sind schlecht. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Bei Wenzel nackt unter der Dusche. Junge, Junge ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au. Hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Du bist einfach nur dämlich. Ein alter Heini, der im Müll wühlt. Hey, den könnte ich nach dem Weg fragen. Ne. Ja. Hallo. Hm? Was? Oh. Hallo. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke. Aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion. So wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrott-Sammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinder-Kopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombard im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey! Das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schwottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. So Astrein ist das gar nicht. Mal angenommen, ein Bastler-Kollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben. Richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastler-Kodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole. Sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das Main-Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügel-Rundschaft im Dorsal-Rumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, ja, der Rundschaft, ja, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema. Nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Strom-Urkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super! Das ist ja genau das, was ich brauche. Offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, nein, zu Unsinn. So einen avialen Strom-Dingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Äh, ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau ließ sogar zwei Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. Zwei Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha. Und ob? Wieso? Fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sag immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja. Sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus. Du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Was ist Mauve? Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Man sollte nie betrunken Mainbike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Hm. Was das wohl bewirkt? Hm. Aha. Dann wollen wir mal. Wupsi. Immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil. Das sieht genauso aus. Verdammt. Was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oha. Oh Gott. Und da. Okay. Nee, das war's nicht. Wie war denn das? Oh Gott. So ein Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammen bekomme? Ja, ich hoffe doch. War ja doch nicht so schwer. Ich habe einen bekommen und habe drei dafür jetzt. Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und ab geht's. Yippie-yay. Ein Heben. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin. Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Ich wusste, dass das passiert. Na, ich auch. Ich auch. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ich habe da oben was vergessen. Ein dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Abgeschlossen. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Oha. Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Ja. 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 Alle Signale stehen auf Stopp? Als könnte mich das aufhalten. Hm. Na gut. Die nächsten Rätsel machen wir in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.